Bitte begrüßen Sie den Juror des Therese-Gieße-Preises, Edgar Selge. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man im Zuschauerraum eines Theater sitzt, dann wartet man immer auf den besonderen Bühnenmoment, auf einen Moment der Spontanität, der Inspiration. Im Frühjahr war ich in den Münchner Kammerspielen und habe ein Stück gesehen mit dem etwas wunderlichen Titel Wer immer hofft, stirbt, singend. Wer immer hofft, stirbt, singend. Nach Texten von Alexander Kluge ein Stück, ein Abend über die Zukunft des Zirkus oder man könnte auch sagen über die Nicht-Zukunft des Zirkus und natürlich auch ein Abend über unsere Erwartungen an das Theater. Und mitten in dieser Vorstellung tritt eine Zirkusprinzessin auf, man könnte auch sagen eine Showmasterin, und kündigt die extravagantesten Zirkusnummern an. Und man fragt sich, das habe ich auf der Bühne der Kammerspiele noch nicht gesehen, also der Entfesselungskünstler im Haifischbecken. Und man glaubt das natürlich nicht, aber die hat einen solchen Enthusiasmus, dass man klatscht und irgendwann ganz verwundert, wirklich hofft, das zu sehen. Man sieht es natürlich nicht. Sie lässt dann die Luft raus und man landet auf dem Teppich der Enttäuschung. Und dann kommt gleich die nächste Nummer und sie schafft es wieder, genauso wie bei der ersten einen in einen Zustand freudigster Erwartung zu versetzen. Und man denkt jetzt, im nächsten Augenblick sehe ich gleich die Elefanten unter der Zirkuskuppel. Die sieht man natürlich nicht, sondern landet wieder auf dem Boden der unerfüllten Versprechungen. Und so macht sie das mit sechs, sieben Nummern. Und irgendwann begreift man, dass das Ankommen in der Enttäuschung genauso schön ist, wie die größte Vorfreude und die größten Erwartungen. Und das ist eine Erkenntnis, die man sehr gerne mit nach Hause nimmt. Also ich jedenfalls. Und die Schauspielerin, der das gelingt, die heißt Johanna Kappauf und die hat eine sensationelle Begabung für Enthusiasmus, einen großen Humor für Enttäuschung und vor allem ein ganz tolles Timing für die Verknüpfung von beiden. Ganz am Schluss, als man schon denkt, der Abend ist eigentlich zu Ende, wird sie auf ein Hochseil gehievt und balanciert da in Zeitlupe rückwärts, während sie einen Text von Walter Benjamin sagt, mit einer solchen Zerbrechlichkeit und einer solchen Innigkeit, dass man das an diesem Abend nicht vergisst. Und nicht nur ich, sondern das geht, glaube ich, sehr, sehr vielen so. Der Engel, das ist ein Text über den Engel der Geschichte, das ist dieser Engel, der immer in die Vergangenheit gucken muss, aus dem ihm ein Sturm von Katastrophen entgegenweht, der ihn immer weiter rückwärts in die Zukunft schiebt. Und der letzte Satz heißt, dieser Sturm ist das, was wir Fortschritt nennen. Diese Inszenierung ist von Jan-Christoph Gockel und sie arbeitet nach dem Prinzip der Inklusion. Das ist etwas, das haben sich die Münchner Kammerspiele auf ihre Fahnen geschrieben, seit Barbara Mundl dort arbeitet. Und die Johanna Kapow zeigt uns, was wir als Zuschauerinnen und Zuschauer dabei gewinnen können. Die Genauigkeit, mit der sie ihre Figur spielt, ihre Hingabe und vor allem ihre unübersehbare Freude am Spielen, machen sie für mich zu einer idealen Preisträgerin, einer Auszeichnung, die den Namen der unvergesslichen Therese Giese trägt. Johanna Kapow, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Edgar Selya, für deine lieben Worte. Ich freue mich über diesen Preis und bedanke mich auch bei allen anderen, die mich ausgewählt haben für diesen Preis, dass ich den bekomme. An den Münchner Kammerspielen wird Inklusion durch Neli Anke eingesetzt. Sie sitzt in der ersten Reihe. Applaus Und sie fördert mich, aber auch alle anderen. Ich möchte dem gesamten Team der Münchner Kammerspiele mich bedanken. Applaus Natürlich auch bei Jan Christoph Gockel, dem Regisseur, Sir, der heute leider nicht da ist, weil er morgen Premiere hat. Wir spielten Zirkus. Es machte sehr viel Spaß. Und ich freue mich, diesen Preis in den Händen halten zu dürfen und dass ihr mich ausgewählt habt. Applaus Und ich bin bei Wolken. Vielen Dank.